Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Buffet! Der Angriff Stein, das war ein Buffet! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner is not much to work for. Seine Jeze, das war ein Emmen auf jeden Fall. Die Angriff steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. dass Fräulein Brauner meine Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Bannoptikum ausgestellt wird. Ich darf den Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Gönnsche, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treten. Mein Führer.